Okay, diesen Track, den haben wir auch tatsächlich, lass mich rechnen, acht, neun, zehn Jahre nicht mehr gespielt. Und es ist immer noch einer meiner Favorites. Er ist auf dem allerersten Luxuslärm-Album. Und er trägt einen sehr passenden Namen, denn wir sind jetzt tatsächlich beim letzten Track für heute Abend angekommen. Wir sind jetzt echt beim letzten Track angekommen. Aber den Freien mit uns. Viel Spaß mit Abschied! Freien! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020